Nackte Körper, Popoklatscher, Hängelhoden und Pimmelalarm. So versext ist die diesjährige Plummy Big Brother Staffel. Alle nackten Fakten gibt's bei uns. Egal ob unten oder oben, zum Duschen lassen die Bewohner die Hosen runter. Körperhygiene geht schließlich vor. Und 2014 wird das auch wirklich ernst genommen. Besonders die alten Herren der Runde setzen auf nackte Haut. Ronald und Hubert lassen es gerne baumeln, auch wenn das eigentlich keiner sehen will. Ein nackter Sprung in den Pool oder ein schlüpferloser Sit-In auf der Couch. Die Mitbewohner haben es nicht leicht. Das bekam auch gleich Ella zu spüren mit einem fetten Klatscher auf den allerwertesten von Hubert. Das fand die sexy Bachelor-Kandidatin ziemlich respektlos, weswegen es gleich den nächsten Hauseklag gab. Denn Ronald findet Ellas Verhalten viel zu prüde und langweilig. Egal wo man hinhört, alles schreit nach Sex. Die schmutzigen Details zu Pornos und Teppichaffären werden ausgepackt und Ronald der Geile und Hubert der Lustgeist übernehmen das Kommando. Titten, titten, titten. Am liebsten gleich zum Anfassen. Auch Cindy ist fassungslos. Mädels, rette sich, wer kann. Mehr Infos zu den skandalösen Kandidaten gibt's im nächsten Video. Gleich anschauen. Abonniere auf unseren YouTube-Channel.